Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es tatsächlich mal um die Ausscheidungen von Degus. Das Ganze spielt nämlich eine sehr große Rolle. Daran kann man nämlich sehr gut die Gesundheit abschätzen. Ich habe die mal in den Auslauf gepackt, weil man hier tatsächlich am allerbesten erkennen kann, wie das alles so auszusehen hat. Und natürlich haben sie auch gleich damit angefangen, alles zu verteilen, also überall hinzupinkeln und hinzukacken. Und hier kann man jetzt das Pipi sehen, so wie es eigentlich auch aussehen sollte. Wenn das frisch aus dem Degu kommt, dann ist das so gelblich. Und genau, hat halt keine Schlieren oder irgendwas drin, sondern ist einfach so ein gelblicher Tropfen. Wenn das Pipi dann getrocknet ist, dann hat es meistens ein bisschen andere Farbe. Dann wird es halt so ein bisschen gelblich, bräunlich, einfach weil es halt dann getrocknet ist. Genau, da verändert sich das halt ein bisschen. Die Farbe des Pipis kann sich auch mal verändern, wenn ihr den Degus zum Beispiel rote Beete oder Karotte gegeben habt. Weil das sind zum Beispiel so Sachen, die färben den Urin von den Degus halt rötlich. Ihr seht also, was halt hinten rauskommt, hängt halt stark davon ab, was vorne reingeht. Und da braucht ihr euch dann halt so keine Sorgen machen. Rotes Pipi ist vollkommen normal. Was natürlich nicht sein sollte, ist Blut im Urin. Das sieht dann ein bisschen schlieriger aus. Also das sieht dann auch anders aus als rotes Pipi. Und wenn natürlich Blut da drin ist, dann sollte man auf jeden Fall zum Tierarzt gehen und schauen, woran das denn liegt. Theoretisch kann der Degu-Urin auch eitrig sein. Also das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie Blut, stelle ich mir das vor, dass da halt auch so Eiterschlieren drin sind. Das kann halt auch mal eine Blasenentzündung sein. Und auch da sollte man halt zum Arzt gehen. Dann gibt es noch eine Farbe, die der Urin haben kann. Und das ist so weiß, sage ich jetzt mal. Das kommt durch das Futter tatsächlich. Das ist, wenn die Degus zu viel Calcium aufnehmen. Calcium ist zum Beispiel ein Löwenzahn oder auch ein Brennnesseln. Und wenn die halt zu viel Calcium aufnehmen, dann scheiden die das halt einfach das Überschüssige wieder aus. Und dann ist der Urin manchmal weiß. Das, auch genannt in der Literatur, ist oftmals richtig durchsichtiger Urin. Also ist dann halt noch mal was anderes als weißer Urin. Und das deutet wohl auf eine Mangelernährung hin. Das heißt, dann sollte man halt noch mal gucken, was man denn wirklich füttert und ob da genug Nährstoffe drin sind. Das kann halt zum Beispiel auch auftreten, wenn man nur Pelletfutter verwendet, weil das ist halt eindeutig nicht so gut. Ja, wenn also nichts auftritt wie halt eitriger oder blutiger Urin, hängt es also ganz, ganz viel mit der Ernährung zusammen. Und wenn man da alles richtig macht, dann sind die Farben im Urin, die auftreten, auch vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, man hat einfach mal, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das angucken und dann könnt ihr halt wirklich sehen, ob eure Ernährung gut ist oder vielleicht nicht so gut. Macht euch jetzt aber auch nicht verrückt, wenn der Dego mal anders pinkelt in einer anderen Farbe und wenn die halt mal weiß ist, dann ist die auch mal weiß. Das ist bei uns auch so, die pinkeln nicht immer die gleiche Farbe. Das hängt halt einfach wirklich ein bisschen davon an, was sie gerade gegessen haben. Wenn sie halt vier Löwenzahn aus dem Garten, dann mag der Urin vielleicht auch mal weiß sein. Er sollte halt nur nicht ständig halt weiß sein, weil dann ist halt an der Ernährung vielleicht zu einseitig oder was falsch. Ihr müsst das halt alles ein bisschen im Kontext sehen. Nach diesem Kalziumüberschuss würde tatsächlich auch gefragt und das ist halt wirklich so einfach, wie ich eben erklärt habe. Das ist halt mal, wenn sie vier Löwenzahn zum Beispiel gefressen haben, mal sein kann. Dann scheiden sie halt das aus. Und wenn ihr sie ansonsten gut ernährt, nicht einseitig, sondern wirklich vielfältig und sie alles bekommen, was sie so brauchen, dann braucht ihr euch da eigentlich gar keine Sorgen machen. Ja, dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit der zweiten Sache und das ist die Kaka von Degus. Wie sollte sie wirklich aussehen? Also die ist so ein bisschen länglich, eigentlich immer schwarz, aber die kann je nachdem, was sie gerade gegessen haben, halt auch mal ein bisschen bräunlicher sein oder ein bisschen grüner, dass man jetzt Kräuter erkennt. Das ist jetzt nicht so der Fall, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist ein bisschen variabel in den Farben und natürlich auch ein bisschen in der Größe. Kleinere Degus würden natürlich kleinere Körtel machen als größere und so weiter. Das ist natürlich verständlich. Wenn Degus Verstopfung haben, sind die Körtel sehr viel kleiner als die normalen Körtel und wenn Degus Durchfall haben, dann sind die Körtel natürlich weich bis sogar wirklich dünnflüssig. Das wäre natürlich dann der Worst-Case-Fall. Ja, hier könnt ihr nochmal sehen, wie die Körtel eigentlich aussehen von der Länge her. Es kann auch mal vorkommen, dass die Degus gleichzeitig kötteln und pinkeln. Dann sind natürlich die Körtel auch ein bisschen weicher, kann man nicht sagen, aber da wurde halt drauf gepinkelt, also sind sie halt irgendwie feucht. Wenn ich hier meinen Finger hinlege, seht ihr ungefähr, wie groß die sind. Wie gesagt, das kann auch alles mal ein bisschen variieren. Und die sind halt auch hart, wenn man sich jetzt hier so ein Tuch nimmt und versucht, die zu zerdrücken. Also das ist eigentlich kaum möglich. Natürlich ist auch bei Degus, wie bei uns Menschen, das auch nicht immer gleich hart oder gleichfarbig. Es verändert sich natürlich, je nachdem, was sie gerade gegessen haben. Wenn die Degus zum Beispiel viel Grünfutter bekommen haben und das vielleicht sonst nicht so gewöhnt sind, dann kann halt die Kacke auch mal ganz schnell etwas weicher werden. Wenn man die Kacke richtig zerdrücken kann, wenn sie so cremig ist, ist das tatsächlich schon Durchfall. Durchfall kann halt für Degus oder Kleintiere generell oder Nagetiere relativ schnell gefährlich werden, weil sie natürlich relativ schnell austrocknen. Das ist halt nicht so wie bei uns Menschen, wenn wir Magen-Darm haben, dann sagt unsere Mutter immer, trink was, trink was, trink was. Kann man bei denen halt nicht so gut. Was man immer machen kann, ist den so Magentee reinpacken. Da gilt es halt einfach, macht den warm. Da muss dann natürlich, der muss dann natürlich wieder abkühlen, bevor er den gibt, den reinsteht in den Käfig. Und da könnt ihr halt so Kräutertee benutzen mit Kräutern, die halt für die Degus geeignet sind. Und halt kein Zucker reinmachen und das hilft denen dann manchmal, wenn sie wirklich mal so ein paar Magenprobleme haben. Ja, man sagt eigentlich, also ihr werdet das vielleicht ab und zu mal gelesen haben, sobald ein Degu durchfährt, soll man sofort zum Tierarzt gehen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Weiß ich zum Beispiel, mein Degu hat gestern aufgrund einer Erkrankung Antibiotika bekommen oder er hat gestern eine richtig dicke Portion Grünzeug bekommen und er hat jetzt dann, weiß ich nicht, vielleicht zwölf Stunden später Durchfall, dann würde ich das tatsächlich erstmal abwarten. Voraussetzung für das Abwarten ist natürlich, dass mein Degu fit ist, dass der frisst, dass der rumläuft und alles ist wie immer. Sollte es einem Degu wirklich merklich schlecht gehen, dass er nur rumsitzt oder andere Probleme hat, dann solltet ihr natürlich sofort zum Tierarzt gehen. Oder wenn ihr wirklich überhaupt nicht wisst, wo das jetzt herkommen kann. Wir hatten das Ganze an Weihnachten. Da hatten wir den so Birkenscheiben reingegeben und April hatte dann tatsächlich fast drei Tage lang Durchfall. Allerdings auch nicht durchgängig, sondern wir hatten halt beobachtet, dass sie mittags immer so ein bisschen, da hatte sie schon arg Durchfall, dass man das zerquetschen konnte in der Hand, dass das so cremig war. Und sonst am Tag war alles gut und ihr ging es auch super. Und ja, wir wussten tatsächlich nicht so genau, woran es liegt. Aber sie hatte halt, die hatten einen Adventskalender, den sie bekommen hatten. Sie hatten diese Birkenscheiben bekommen. Also es war was Neues, was ja theoretisch vielleicht der Grund sein könnte. Und da es ihr super ging, sind wir auch nicht direkt zum Tierarzt. Und das hatte sich halt tatsächlich nach drei Tagen erledigt. Und mittlerweile haben wir die Vermutung, dass April eine Birkenallergie hat, weil es haben halt alle das Gleiche bekommen. Und sobald wir diese Birkenscheibe rausgenommen hatten, war halt das Thema mit dem Durchfall vorbei. Und man muss jetzt auch mal an sich selber denken. Der Magen muss sich halt auch erstmal wieder beruhigen. Das heißt, wenn man die Ursache gefunden hat und das abgestellt hat und der Durchfall vorbei ist, dann ist es halt auch gut. Warum sollte ich dann zum Tierarzt gehen? Es gibt natürlich, wie gesagt, auch andere Sachen. Da muss ich halt zum Tierarzt. Auch wenn mein Degu durch Antibiotika Durchfall bekommt, sollte ich auf jeden Fall nochmal den Tierarzt kontaktieren. Ich muss da jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich hingehen, aber wenigstens mal anrufen, Bescheid sagen. Dann kann man das zum Beispiel auch abklären. Mit dem Tierarzt. Was noch vorkommen kann, ist halt Verstopfung. Dann sind die Köttel halt sehr klein. Kann dann halt daran liegen, dass der Degu Verstopfung hat. Zur Verstopfung findet man tatsächlich relativ wenig im Netz. Natürlich kann auch das ein Tierarzt benötigen. Wenn der Degu zum Beispiel, wenn es ihm scheiße geht, wenn man merkt, vielleicht hat er Bauchschmerzen, wenn er nicht mehr so agil ist oder nicht mehr frisst, auch dann ist natürlich der Tierarzt der erste Weg. Es kann aber auch einfach mal passieren, dass die vielleicht heute nicht so viel gegessen haben, wie die letzten Tage oder irgendwas. Dann können die auch mal kleine Köttel haben. Ich habe jetzt von vielen Degu halt dann gehört, die das tatsächlich auch relativ regelmäßig mal haben, dass die Köttel einfach ein bisschen kleiner sind und das geht dann halt einfach wieder vorbei. Deswegen guckt immer, wie es eurem Degu geht. Guckt, ob es irgendwelche Gründe gibt, irgendwas anders ist. Und dann denke ich mal, habt ihr das ganz gut im Griff. Wenn euer Degu wirklich über drei Tage oder länger da Probleme hat und es ihm dann vielleicht auch nicht schlechter geht, dann sollte man halt auch mal zum Tierarzt gehen. Es kann halt auch mal sein, dass die Parasiten haben oder sonst irgendwas, dass da wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist und deshalb das so aussieht. Das heißt, es lohnt sich immer mal wirklich einen Blick auf die Ausscheidungen zu haben. Ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen. Vielleicht auch mal die ein oder andere Angst genommen. Und ja, ihr kennt eure Degus am besten und ich denke, dass ihr da auch gute Entscheidungen treffen könnt. Ansonsten kann man ja auch immer mal telefonischen Tierarzt zu Rate ziehen. Ja, im nächsten Video möchte ich dann nochmal das Thema Sand und Streu für die Degus thematisieren. Und da schauen wir uns mal an, was man so nehmen kann und worauf man vielleicht achten sollte. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen und Tschüss!